Entschuldigung, mein Hals ist schon wieder. Dann an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an die Seite von YouTube. Wir spielen Just Cause 4 weiter im Tab 3 und ich habe mich letztendlich doch entschieden das Ganze dann zu schneiden und hochzuladen. Ich habe endlich das Soundproblem gefixt. Die letzten Aufnahmen waren 24, 25 Januar, Quatsch Dezember. Mittlerweile haben wir den 4. März. Ich hatte leichte Probleme mit dem Sound über die Capture Card. Ich habe das Problem nun endlich lösen können und es war tatsächlich in Kombination mit der Logitech Webcam. Ich bitte zu entschuldigen, wenn wir hier ein bisschen, wenn ich mich am Anfang wieder blöd anstelle, aber zwei Monate dazwischen, fast zweieinhalb. Ja. Müssen wir dann mal gucken. Ich hoffe, ich finde mich schnell wieder rein. Dann würde ich sagen, let's go. So. Ja, das spielt auch verrückt. Ich finde Firefly sogar besser ohne Eventliste. Ja, viele wollen das halt auch haben. Und es ist so ein kleines Zurückgeben an wenn jemand supportet etc. Und dafür habe ich ansonsten nichts. An Overlay. Und das möchte ich auch ganz gerne so beibehalten, weil ich kann es auch nicht leiden, wenn ich woanders das Stream gucke. Gucke und gerade irgendwelche Storygames und so. Und dann hast du da überall links, rechts, oben, unten, überall sind Overlays. Also ich bin da eher so, ne, Cam. Weil viele von euch das wollen. Und, äh, deswegen, mehr gibt es da bei mir nicht. Hm, jo. Dann für YouTube nochmal der Hinweis, ich kann schon mal vorher aufladen. Oh, hat er schon geladen. Dann für YouTube nochmal der Hinweis, äh, das Ganze wird hier live auf Twitch gestreamt, auf meinem Kanal. Äh, und am Stream auch in der Beschreibung der Link zum Kanal. Falls da mal jemand vorbeischauen würde, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, äh, wenn ihr euch wundert, ey, mit wem labert denn der da ab und an oder so, äh, dann ist das mein Twitch-Chat. Bei manchen Spielen habe ich tatsächlich sogar ein, zwei Zuschauer da. Ich mache das Ganze ja eher Hobby-mäßig. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie, wo, was hier. Entschuldigung, ja, mein Hals ist ja gerade schon wieder. Wo sind wir denn überhaupt? Äh, das war falsch. Äh, so konnte ich da rauszoomen. Es gab mittlerweile ja etliche, etliche, einige Updates. Den letzten zwei Monaten, ich habe keine Ahnung, was da groß drin war. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Nachschub-Lieferung, wo sind denn hier irgendwo Quests? Das ist die Map. Das hier ist, glaub, Story. Äh, die Teile waren Story. Kommen wir aber noch nicht hin. Ich glaub, hier war es, springt in Tulu. Die schwarze Hand hat dieses Importhafen mit Sprennlagern versehen. Finde die Bonkmonen schwer für sie. Ach, du Scheiße. Das habe ich in einem Angel-Test gesehen. Weiß, da habe ich mich im letzten Stream schon rumgedrückt. Truppenbereit Karte öffnen. Habe ich doch. Wir haben Truppenreserven, haben wir da. Da warten wir mal noch. Ich habe keine Ahnung, warum das hier gesperrt ist. Bin ich zu blöd für. Genau, hier konnte ich regionelle Angriffe checken bei Prisa. Das hier waren, genau, ich glaube, das hier waren die Story-Teile. Das hier waren dann so die Nebendinger. Gräber, da haben wir gerade, da sucht man sich dumm und dämlich. Die, weiß ich nicht, ob wir die noch machen, die letzten zwei. Sehne, die Prunk... Aber du bist halt gesperrt. Dieser Sehne hat... Da geht es um schnelle Fahrzeug-Action und Emotionen, wie sie nur Garland King liefern kann. Ich habe keine Ahnung, warum das gesperrt ist. Dieser Damm... Da, 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 da... Guck, wutschi. Dieses Land im Delta-Rio-Wanai eignet sich kaum für Landwirtschaft, aber hier hat es zum Teil funktioniert. So, wir machen mal... Geh doch du da mal weg und du Optionen, Inhalte zum Runderladen anpassen. Irgendwie so Hilfe oder so gibt es hier nicht, oder? Das ist halt, wenn man bei Spielen zwei Monate Pause drin ist. Upload in Zona Tress. Wetterdaten dieser Forschungsstation können im Kampf gegen die Lappa sehr nützlich sein. Sichere vor den Invententen der Armee des Chaos die Wetterdaten. Da war noch gesperrt, müssen wir wohl erst einnehmen. Ecken bei Brisa. Ja, darum der da. Sichere die Region genau. Lallaras Schuhe müssen wir sichern und Tierras Bayas. Tierras... Ach, hier unten. Ich glaube, an der Autofabrik haben wir uns versucht, ne? Wenn ich mich ganz... Ich erinnere mich da irgendwie ganz duster und dann habe ich es verkackt. Ecke das System, um das Netzwerk zu übernehmen und die Verteidigung der Fabrik zu deaktivieren. Ja, und da habe ich das irgendwie mit den Fahrzeugen verkackt. Langfinger in Malaga. In diesem Hafen werden Schiffe für die schwarze Hand produziert. Beschaffe vor den Invententen der Armee des Chaos Blaupausen für alle Schiffstypen. Okay. Ja, machen wir mal den da. Wo bin ich da gerade? R13 Drien. Da oben sind wir. Warum zum Henker bin ich da oben? Was zum Geier habe ich da gemacht, ey? Da im Desierto. War nicht gesperrt. Diese Radarstationen sind fortschrittliche Lenkraketen stationiert. Um einen Angriff zu ermöglichen, müssen die Raketen erst sicher abgefeuert werden. Okay. Kurz feuern die Optionen. Das ist sehr leise hier, ne? Müssen wir gerne mal gucken. Ah, so ging das so. Wir müssen da rüber. Mal ein bisschen fliegen üben. Immer schön hoch. Da gibt es mir Punkt. Oh. Noch hier. Wir müssen da hinter. Wieso sehe ich da nicht? Oh, 900 Meter habe ich da. Wow. Wie war denn das? Dreieck war Wingswut. So. Gib Gummi. Die Luftbremse. Aha. Ja, hallo. Oh, ich mag der Wingswut. Und... Hopp. Zurück, 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 zurück. Hui. Ach du Scheiße. War wohl zu nah am Boden. Oh, irgendwie ballert hier. Wow. Das war knapp. Keine Ahnung. Ah, da stand da nicht sonst irgendwas von wegen Entfernung und so. Kriegen wir? Oh, das war knapp. Oh, oh. Bin mal gespannt, ob wir da hochkommen. Oder ob ich gleich umschalten muss. Okay, das war nix. Oh, ich mag das ja einfach so rumfliegen. Ah, komm schon. Och. Oh, wie weit ist denn das noch, ey? Er brummelt aber gut. Hier runter. Wow. Das ist noch ein gutes Stück, ja. Oh, da hinten sieht man einen Tornado. So, gehen wir wieder ins Dorf. Ah, aber da hinten könnten wir versuchen, an dem Berg da... Ob wir da nur einen Höhenrekord hinkriegen, oder? Oh, diesen Aufsteiger, oder was das da war. Oh, schön. Wow, 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 wow. Oh, oh. Oh, ich krieg das doch jedes Mal hin. Baum, geh weg. Oh. 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 Komm, geh noch hier. Hallo. Gib mir doch. Oh, das war der verkehrte, da drüben wäre es gewesen. Oh. Oh. Schauen wir, ob der hier reicht dafür. Gib mir halt. erst mal wieder ein bisschen hier reinkommen in die steuerung ist das auch ein bisschen aber was war das denn was war das wort war das glaubt die finden das nicht so ganz geil dass wir hier sind und bb blumse ich krieg da kann wohl nicht hin so wir machen das mal gibt mir und die tschuldigung ziemlich hell hier alles aber wir versuchen jetzt mal ohne zu sterben wow ach war das so ein scheiß ding oder wie komm immerchen fliegen immerchen fliegen hoch ich glaube die entfernung wurde nur angezeigt wenn mein fahrzeug ist oder oder hätte ich vielleicht nicht so habe ich dann rüber offenbar mal und schön hoch da echt übelst hell hier oder wie weit haben wir denn noch immer noch gutes stück könnte sich jetzt natürlich auch ein flieger holen oder hubschrauber oder ein fahrzeug aber ich finde es so eigentlich immer ganz putzig sieht man was von der landschaft für mich ist es gerade ein bisschen training wieder in den controller reinzukommen hier oh oh glaube gerade so ok blüßel polster los copy na wie geht's dir ich versuche mich gerade im free wie nennt man das eigentlich hier gut zu 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 wingen weil wingswüte ist wingen oder ganz gut mir geht es auch so weit gut ich hoffe du kamst gut in die woche hat es einen halbwegs verruhigen Montag so, dann müssen wir jetzt wieder hier, dass wir da drüber kommen persönliche Bestleistung 2 Minuten, knapp 3 Minuten hatte ich wohl Langeweile, oder? na kriege ich ihn da immer noch schön drauf zu halbwegs oh oh da drüber nein, komm ich nicht alter, nicht wieder sterben alter hello, danke oh oh das geht in die wow, das war knapp so ein Punkt da, den sieht man stellen, weiß ich so gut wie nicht ja, hatte ich nur, dass hier fast alle Geschäfte zuhaften war es, warum das denn? so, wegen Faschings-Tam-Tam und so, oder wie? so scheiß Rosen-Montag okay also hatte ich recht mit Faschings-Tam-Tam na gut, dass mir das am Ärmel vorbeigeht einzig, was ich heute hatte, war, äh, manuelle Lymph-Drainage und ansonsten, ja aber was haben wir denn hier? ach, hier kann ich mich umgucken oh, die Dinger wieder äh, warum ballert das hier? uiuiuiuiui er ballert das überall oh, und das Ding hier erinnere ich mich doch oh, glaube wir sind an der Front so, wir fliegen einfach mal drüber das müssen wir doch bald da sein, sag ich mal oh, 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 oh boah genau, so, da unten müssen wir hin wir sind was da rico, du bist bei Puerto Malaga benannt nach dem Hafen, von dem aus die Familie Espinosa Spanien verließ und nach Solis kam okay genau außerdem verwahrt die schwarze Hand dort die Blaupausen ihrer Kriegsschiffe ah, das klingt doch mehr nach meinem Ding ich würde gerne mal gucken, ob wir einen neuen Rekord aufstellen rumfahre ich da grad bissele fahr schwebe oh, gleich kriegen wir das hin jawoll da, Mann hatten wir Glück ich bin bei Puerto Malaga als erstes müssen wir uns die Blaupausen für das Kriegsschiff PA 31 beschaffen dann kann die Armee die Fabrik übernehmen wo sind die Blaupausen? wo sind die Blaupausen? die Pläne für das Kriegsschiff befinden sich auf einer Konsole am nördlichen Ende der Basis vermutlich ich markiere sie dir vermutlich? vielleicht sind sie auch nicht da und wir müssen zu Plan B übergehen Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände danke vielen Dank danke danke